Das Ding das wir da im Wasser gesehen haben, ist kein Meerestempel, da ist das Portal. Ja genau. Doch, das ist wirklich so abgefuckt im Wasser. Das ist nicht ein Meerestempel was wir da gesehen. Nein, ich warte, ich geh da jetzt einfach kurz hin nochmal. Wenn ich das, ich hab das grad von außen angeguckt und sieht wirklich so aus. Ich glaub, der Server lag wieder. Wo ging's denn zurück? Der TS hat wieder einen Hänger. Warte, ich zeig's Ihnen. Ja, sollen wir auf die Treppe hoch? Voll hoch. Ja, sollen wir auf den anderen oder? Ja, sollen wir auf den anderen oder? Ja, ich glaub es geht wieder. Äh, wo geht... Hä, ich seh euch nicht mehr mehr. Hier. So, Wasser. Hier. In der Kiste hoch. Xen. Oh, quarrelig. Oh, was ist das? Man, eins. Haha, wie ist das hier? Wie ist das? Wie ist das hier? Okay. Okay, du bist das hier... Du bist. Ich glaube ich nicht mehr. Komm doch, ich muss das hier rein. Daniel. Komm doch, wir können hier rein. Hä? Ich werde weggespült obwohl ich das Wasser noch nicht gesehen habe. Ich bin mal kurz nach da hinten. Ah warte ich hab doch Depth Strider und kann hier rumrennen wie ein Figger. Was ist das? Ja hab's total hier hinter. Echt jetzt? Gut das es bei anderen Koordinaten ist als bei mir im Singleplayer aber... Hä wo bist denn du? Komm mal schnell hier es sind so viele. Warte ich muss hier noch shit loswerden. Darf ich den Dingspawner abbauen? Chill lass er erst mal filmen. Ja Alter. Da wo bist du? Komm doch mal her. Da bei dem Gebäude. Ja wegen der Bolo macht hier und deine hin Alter. Hä ich hab gar nichts gemacht. Da kann man ganz normal rauslaufen. Hallo hier. Wo bist du? Hier. Da hinten wo wir da hatten ist wie ein Märestempel. Seh dich nicht mal. Ja komm doch zu mir Junge. Als ob ihr mich nicht seht. Ich seh dich doch. Also ich geh hoch sind's verreckt. Ja ich platz hier ne Tür Dani. Zack weiter geht's. Ich bin schon hoch. Da wo du das Gebäude siehst. Junge ich hab nen Shader und ich seh gar nichts. Unter Wasser dann seh ich's. Alter wie ich bin hier. Was bist du für ein faste Hurebock alter. Ich hab äh Wasserläuter auf mein Stück. Der sprintet da unter Wasser rum wie ein Esel. Ja ich hab guck mal wie das hier verbaut ist. Voll effizient. Hier ja hinter dir. Guck mal voll gut. Lass mal durch. Ge weg. Alter. Alter ich hab nur ein bisschen Angst. Ich seh nichts. Jo genau ich bin einfach hier. Drenn Jan. Was? Ja wir sind drin. Alle drin. Ha? Ja. Ja Dani guck mal. Dani. Ja. Guck mal hier war grad zu noch. Du wärst hier einfach gar nicht reinkommen. Du wärst hier auf eh. Den einfach man war. Alter warte. Lass mal auf einen anderen TS gehen. Mein TS Leckrad grad grad richtig hart. Welcher? Ähm. Zack ein. B nicht BTTV da wird man rausgegeben wenn man nicht 5 Minuten nix sagt. Ja Funwil oder. Ja Funwil ist nigger scheiß Qualität. Ja Funwil ist nigger scheiß Qualität. Gib auf BTTV. Gib auf BTTV. Wir müssen halt äh... Schwätze. Dani komm auf BTTV. Jo. Bude. in der Nähe vor allem Janus Wünscht bei den Jungs als klar wir müssen eigentlich im Tritt aber da ist nichts weiter alle Marken mann mal in der Zeit aber die Verwaltung der Verpflichtung ich bin Warte! Kannst du rauben? Kannst du noch ein bisschen hier bleiben, aber wir würden gerne halt den Endodrachen besiegen ganz alleine ohne dich... Der Endodrachen ist der Freund von dir! Alter, Alter! Du blöder Wichser, Alter, als Maul. Ähm, mutet ihn, einfach lokal. Ja, okay, Dani! Dani, mutet den lokal! Ah, alles klar. So ein Lappen, Alter! Ja, okay, jetzt geh ich weiter machen. Hallo! Und dann sehen wir mich da! Hey, ich schneide es doch nicht raus, Alter! Soll ich den Lava sehen? Nein, lass den offen! Das ist cool! Das ist einfach das Beste, Alter! Ja, okay, warte mal! Wo ist das Mampfer? Nein, lass den Lava sehen! Ja, doof! Ja, Minster, von dem letzten Ender aufgewählt! Ich hab drei Enderperlen noch! Ja, wo? Hast du Lohnstab dabei? Nein! Geil! Ich pflanz die, Alter, nein! Weg! Soll der Neger dann mal kurz heimrennen! Na! Ach, Mann, Alter, es kotzt mich an! Du musst fühlen ausprobieren! Ich muss fühlen! Ja! Was? Ja, Daniel hat doch auch gelesen, was man machen kann! Da stand es im Internet, ja, wenn wir Rechtsklick machen! Bei der Enderperlen! Was? Mit Rechtsklick tut man fühlen! Dann hat er mit dem Enderperlen ganz aufs Rechtsklick machen! Dann hat er weggeschossen! Ganz aufs Spiel! Ja, gut! Domme! Domme, guck mal hier! Ja! Ne, ein guter Bogen! Ach, danke! Jetzt kann ich mir ein ganzes machen! Äh, und hier! Ein Stack Pfeile! Das darf ich gar nicht aufnehmen! Oder warte, ich schmeiße das Boot weg einfach! Ja! Ach, Boot! Das will ich nicht! Wie viel ist denn das? Äh, das Lava hier drin! Oder ich baue einfach hier ein Ender-Portal! Fertig! Wir haben ja hier Lava an Wasser! Und ich habe eine eigene Spitzhacke! Ja! Du baust eine Dia-Spitzhacke! Ah, Jan hat eine Dia-Spitzhacke! Ja, machen wir kurz eine unendliche Wasserquelle dahin! Hä, warte mal! Was wollt ihr bauen? Da hast du auch die Wasser! Ja, schön ein Portal, Alter! Machst du eine unendliche Wasserquelle! Ja, ich habe einen schon vor dir in den Pflanzen gebrochen! Ja, ja! Ja, Jan, geh weg! Ich baue das weg! Ehrlich? Wie können wir das nicht wegmachen? Ha! Daniel läuft auf Lava! Warte, Mann, hier auch mal Wasser hin! Ja! So, ich hab's abbaue'n jetzt! Ja, abbau'n! Ah, alter ohne Scheiße! Ja, nein, was ich auch wenn wir! Was? Was, wenn wir daheim rauskommen dann, wenn wir zurückgehen! Nein, wir sind zu weit weg! voneinander entfernt jaja dumme alter was du da überscheißportale sagst die verdreue ich gar nichts mehr ja alter was ich was wir letztes mal für strecken gelaufen sind alter halbe stunde lang meinem scheiß fort über das Meer ich kann es nicht mit sicherheit sagen aber wir sind schon weit weg ja egal geht halt nur einer hierher da andere koordinaten im scheiß hier ja dann gehe ich mal nicht rein weil ich habe keine koordinien ja ich gehe rein also ich muss mich natürlich beopfern wir brauchen zehn obsidianen kannst du auch alles abbauen können wir doch mal dann gib ihm aber dein schwert dann gib du aber dein schwert könnt doch selber gehen ich lass mein schwert hier und nimm einfach mal den unendlichkeitsbogen fertig weiße was lass ich noch hier Dommel schreib mal die Koordinaten in den Chat hat einer Holz für den Kisch der ich will nicht alles mitnehmen dann warten wir nicht nachher stelle ja was wenn mein das dass ich die Koordinaten im server hab eine Konsole hä wieviel obsidian brauchen wir schon zehn halt und gesagt hab schon zwölf ja du brauchst schon ein paar Palen hin was warte ich mach gleich eine Kiste ja ich hab hinter dir schon Werkbank im Stadt ich will nicht alles mitnehmen nein wenn ich sterbe bist du meine Trinkchen zu auf den Arsch ja 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 ok hoffentlich war es falsch es istICH hä ey du war der immer den Feuerholtzer oho kepada 3 oh verpiss dich verpiss das ist derlecte wieder Alter, Alter! Ich auch meine Drachen schichten! Alter, Gott, scheißer Kack, doch kackig Kuchen! Hey, mute den doch einfach! Mach ich! Du kannst mich auch einfach maxen! Alter, Gott, warte schön, bis ich dich bemutet hab, seiner Schweizer Schwester! Das ist ganz unten, wenn du recht... oder fast ganz unten. Jo, ich hab ihn gemutet. Kleine Gute oder so. Äh, Max, wenn du willst, ich hör zwar dein Ander nicht an, du kannst gern hier drin bleiben. Du bist so ein Lutscher, Alter! Als ob nur eine Ender-Perle fehlt! Hä? Wart mal! Es geht dir nur um eine! Ja, dann laufen wir doch hier rum, als ob hier nicht auch ein Enderman gekommen. Hä, wir haben doch Ender-Perle, wir wollen Ender-Augen, wir brauchen Lohenstaub. Ah, ist klar! Wir haben doch Enderman noch getötet, äh, da drüben. Ich hab ne neue Eisenbrust. Achso, kann ich jetzt rein! Mit Diabferderüstung. Ja, geh mal, wenn du im Nether bist, geh dann wieder ins Portal rein und guck, ob du hier rauskommst, weil dann komm ich mit rein. Okay. Ja. Dann komm ich auch mit rein. Jetzt komm mal wieder zurück. Äh, so wie... Ne. Hey, der Typ ist immer noch hier drin. Nein! Ich bin da oben im Haus, Alter! Guck! Äh? Ohhhh! Egal, ich hol jetzt einfach schon die Scheiße! Ja, dann hol mal kurz, jetzt bring... Ja, einen Lohenstaub mitzubringen reicht ja. Ja. Ich hab drei Ender-Perle. Ich kann die aber auch schnell, schnell wegschmeißen. Dommel, ich hab ne Diabferderüstung, geh. Eils Maul, jetzt will ich mit der. Ich hab einen daheim. Ne Eisenbrust. Ja, voll. Aber Eisen hab ich echt ganz daheim. Hey, WTF, wo geht's denn hier nochmal? Das nette Häusle war im Dorf. In dem Bürger. Nein, ich will ins Ding, Alter. Dommel, ich will ich Obsidian hier. Eils Maul. Wow, Alter, fasch die Lava rein. Passt ihr Zeit. Ja, wir können uns so lange eigentlich mit Max unterhalten, oder? Ich hab ihn gemutet. Aber das Beste ist, man darf hier eigentlich aufnehmen. Aber wir nehmen ja nur unseren jetzt gleich hier auf und nicht die Stimmen von anderen. Ah, ist klar. Ja, Max, Alter. Selber schwillt. Ohne Witz. Hey, WTF, Alter. Fächtung. Ich weiß nur, wo die Fächtung ist. Alter, Dommel, was geht hier für Monster ab? Ich weiß nicht mal mehr, wie ich hier rauskomme aus... Wann ist die hier? Weiß ich. Ah, ja. Nein. Warte. Nein, da haben wir Fässer. Ich hab kein Essen mitgenommen. Ja, schon mal, ich hab... Ja, dann... Wenn du April herkommst... Nimm schon. Hä? Dommel, guck mal. Dommel, guck mal her. Guck mal, wie verschickt das hier ist. Guck mal, komm mit. Komm mit. Komm mit. Ich war hier grad in dem Raum, hab mich hier durchgebuddelt. Hier ist nix. Ich buddel mich hier durch und finde hier einfach einen Knopf. Was heißt dahinter? Dahinter ist aber Tür. Dommel, darf ich schön zu dir ins Haus ein Essen holen? Ah, hör auf mich zu mir. Ja, ja klar. Hast du nix mehr? Nein, ich hab's ja nicht mitgenommen. Ich hab's in die Tische genommen. Ja, ja. Mach ruhig. Alter, fünf... Alter, hilf mir mal! Danke, danke, danke. Was auf das Creeper! Oh, wo hat der Bodo wieder? Oh, Junge! Du bist rein gelaufen. Bei Esse ist rechts, unten rein. Ja. Hab schon... Hab schon gesehen, ja. Was hier los? Alter, ich seh nix. Wart mal, ich muss mal Fackeln machen. Ist so dumm für den Shader. Ist so dumm für den Shader. Halt, ich hab doch daheim... Oder... Ne, ich hab doch daheim einen Place, Alter. Ich muss doch gar nicht mehr in die Fäschung, ich Idiot. Ja, hab ich gern auch. Du hast doch daheim eins. Ich hab doch daheim eins. Ich hab doch daheim eins. Ja, ich hab gar nicht. Hä? Diktierung. Hier ist geil. Ja, ich hab auch nur ne Steinschwitzack. Ich hab doch kein Eis mehr. Boah, ich sammle jeden Scrap hier ein. Alter, die Höhle... Oh, das geht doch nur um einen, ja. Die Höhle hier ist so verschickt. Ja, ja. Man buddelt sich durch Wände, sieht einen Knopf und muss sich weiterbuddeln, um die Türe zu finden. So ein Shit. Dumme. Ja? Hier kannst... Was machst du? Ja, rein. Du bist geboot. Hä? Wieso? Wer moved mich? Wurdest du geboot? Wow. Ach so, der hat mich rausgeboot. Mein Bot hat mich geboot, weil ich ja jetzt AFK bin. Auf einem anderen Server. Ach so. Ah ja, jetzt bin ich geboot. Ja, du wurdest auch geboot. Alter, voll die Lederrüstung. Hä? Ich hab keine Schuhe mehr. Ja, ich hab... Mein Host hat... Fakt auch nicht mehr viel. Ähm... Also, so wie es aussieht, liebe Zuschauer. Oder wir haben uns so gedacht, wir haben jetzt ja so zwei Stück... Ah, ich werd rufen. Bin mal kurz weg. Jo. Ich erzähl's zu Ende. Warte, Jan. Sag mir erst deine Koordinaten. Ich bin gerade vom Rückweg. Ich hab keine. Ah. Ja, okay. Jetzt kannst du weiter erzählen. Dumme ist doch kurz weg. Ja, du. Erzähl du. Äh... Ne, ich warte. Ich warte, bis Dumme da ist. Jo. Was für ein krasser Regenbogen. Hä, in Minecraft. Nein, in real, Alter, bin ich. Bei mir ist ein Fensterguck. Hä, Alter, wenn ich grad rausguck bei mir... Doppelregenbogen, Alter. Dani. Dani. Warte. Alles klar. Doppelregenbogen. ā